Pass auf, ich nehm mal Pflanzbrot und so, ich mach auf und so weiter, dann kommt Salat rein und so weiter, ja? Ich mach bisschen Salat um, dann mach ich Fleisch, dann kommt Soße weiß, dann kommt Soße rot, dann kommt oben noch schön drauf, schön Pulverrot und feurig Fischzunge und so weiter und dann mach ich schön Fettig und so weiter, mach heiß und dann kriegst du in Hand und dann kannst du Maffe Maffe machen oder was? Döner mit Alice, mit Schwiebeln und so, Döner mit Alice, mit Salat und Kohl, Döner mit Alice, mit Tomate und Speck, ich hab alles drauf, Lachs, Koa und Reck. Döner, 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 Döner Ist wie drei fleißig, Verdunne verflasst jetzt Hau ich Fleisch ganz unrein, dann brauch man doch nicht traurig sein. So Bundeslaken, das schmeckt nach Quart, ich sag mal trotzdem 5000 Mark Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh